Was soll ich sagen? Es ist Sonntagabend, halb elf, ich habe dir eine wunderbare Podcast-Episode aufgenommen eben noch und beim Speichern hat sich alles aufgehängt und die Episode hat es gelöscht. Ja, wenn man mich fragt, gibt es was, was mich stressen kann? Ja, das gibt es und zwar solche Tage, aber good news, ich nehme jetzt über mein Handy auf, damit du morgen, also für dich am Montag heute, die Episode bekommst, die du verdienst. Und heute geht es um das Thema, die fünf simpelsten und doch krassesten Lektionen und was ich gelernt habe aus meinen bisherigen Podcast-Interviews. Also legen wir los und ja, ich nehme sie gern nochmal für dich auf, aber ein bisschen ärgert es mich natürlich schon, also starten wir rein. Wenn der Ton nicht so gut wie immer ist, dann kann das zum einen daran liegen, dass ich jetzt meinem Mikro und meinem Computer gerade den Kampf angesagt habe, weil ich nicht noch eine Episode haben möchte, die sich einfach aufhängt und löscht, daher nehme ich am Handy auf und aber auch, weil ich tatsächlich in einem, ja ich sag mal, ziemlich leerem, überraschend leerem Arbeits-Wohnzimmer sitze. Das heißt, mein Sofa ist weg, meine Kissen sind weg, meine Vorhänge sind weg, mein Teppich, der ist noch da, aber das ist ungefähr das Einzige mit meinem Tisch und deswegen ist der Sound vielleicht etwas anders als sonst. Aber ich gebe mir größte Mühe, dass du trotzdem eine sehr, sehr gute Episode hast, genau mit diesen fünf Learnings, die simpel, aber doch gigantisch waren. Also, was habe ich von meinen bisherigen Gästen gelernt, die, wie man, ja, wenn man sie sich mal anschaut, feststellt, wirklich kunterbunt gemischt sind. Das Beste daran, die Gäste, die kommen, werden genauso kunterbunt, soll heißen, in den nächsten Wochen wirst du auf, na, wobei, komm, ich erzähle es dir am Ende der Sendung, äh, der Episode. Jetzt fangen wir erstmal an, was gibt es überhaupt zu lernen, bevor ich dir verrate, wer dann vielleicht einer meiner neuen spannendsten Gästen wird. Also, Punkt Nummer eins, das war in der Episode 47 mit Zokche, der Langstreckenpilot ist, der sagt, und das ist so simpel, aber so gut. Und das denkt sich auch genau mit dem, wie ich vorgehe, das war nochmal ein guter Reminder für mich, genau das beizubehalten. Weil, zum Beispiel vorgestern sagt ein Kunde zu mir, was wir im Call besprechen sollen, äh, oder wollen, ob ich so eine grobe Agenda habe. Und dann habe ich ihm halt meine Liste geschickt und er so, ach, du und deine Listen, immer eine Liste. Und ich so, ja, weil Listen helfen mir einfach, da vergesse ich nichts. Und ich schreibe mir das förmlich aus dem Kopf, durch die Hand, auf das Blatt und dann ist es weg. Braucht also keine Speicherkapazität in meinem Hirn mehr. Und genau das macht so angenehm. Also, was hat er als Pilot mir geraten? Punkt Nummer eins, hab immer eine Checklist. Und geh immer den gleichen Ablauf durch, immer ganz streng und strick den gleichen Ablauf. So kannst du Fehler erkennen und direkt ausmerzen. Und genau so ist das. Natürlich brauche ich jetzt keine Checklist für, ich stehe auf, ich gehe ins Bad, ich putze die Zähne. Ja gut, das ist eine Checklist im Kopf, aber die kriegen die meisten von uns ja auch so hin. Doch wenn du zum Beispiel ein Podcast-Interview hast. Jetzt hatte ich die Woche den Fall, dass ein Bekannter von mir das erste Mal ein Video-Interview hatte. Er war ganz nervös und seine Assistentin hat ihm schon vorbereitet, wie das funktioniert, was er machen muss. Und er hat sich dann auch eine Checklist geschrieben. Okay, einloggen, in Ordnung, Mikrofon anstöpseln, okay, testen, okay, Soundcheck, okay, das machen, okay, dies machen, okay. Und genau darum geht's. Entweder, wenn du aufgeregt bist oder wenn dir einfach Dinge richtig wichtig sind und du möchtest alles richtig machen, dann schreib dir auf jeden Fall eine Checklist. Ich fand das total einleuchtend. Ich arbeite super gern mit Checklisten und ich mache das auch in verschiedenen Tools. und ja, das kann ich echt nur weiterempfehlen. Die zweite Episode, beziehungsweise, das stimmt nicht, das war die 52. Episode, die hatte auch ein, ja, ein gutes, wie soll ich sagen, eine gute Erinnerung für mich, weil das eine Sache ist, die, ja, die darf man nicht unterschätzen. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Klavierstück habe, dann gibt es auch hier oder da Sequenzen, wo ich merke, da läuft's noch nicht so gut. Und ja, manchmal habe ich richtig Bock, dann hocke ich mich hin und übe und übe und übe und manchmal denke ich mir, ne, ganz ehrlich, mache ich morgen oder übermorgen will ich gerade nicht. Und das ist okay, ich muss nicht immer sagen, jetzt mache ich sofort. Aber eine Sache ist wichtig. Üben, üben, üben. Sven ist Moderator bei ProSieben und Sat.1 und Co. Und er ist auch Stimmtrainer und er sagt eine Sache. Wenn du überzeugen möchtest, wenn du andere davon überzeugen möchtest, was du für ein tolles Produkt hast, wie gut deine Dienstleistung ist oder wie gigantisch du und deine Art sind, dann heißt es üben, üben, üben. Warum? Weil, naja, kein Meister ist jemals vom Himmel gefallen. Es ist einfach so. Und vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, das fand ich auch gut, was er gesagt hat, erst mal muss man akzeptieren, dass man es nicht kann. Und das fand ich schon einen krassen Satz. Entschuldigung. Das fand ich schon krass, weil, ja, es gibt Punkte, zum Beispiel, wenn ich merke, dass es einem Freund oder einer Freundin nicht so gut geht. Und ich sage, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Wie geht's dir? Was ist Stand der Dinge? Und sie sagt, nee, bei mir ist alles toll, alles tippitoppi, wunderbar. Und viele im Umfeld merken, nee, da stimmt doch irgendwas nicht. Was ist denn da los? Aber sie sagt, ja, nö, alles supidupi. Naja, wenn sie immer noch sagt, bei ihr ist alles supidupi, dann kann sie gar nichts ändern, weil sie ja glaubt, dass alles tipptopp ist. Doch nur wer wirklich akzeptiert und erkennt, dass nicht alles tipptopp ist, kann etwas ändern. Nur jemand, der akzeptiert, dass er oder sie weiß, dass er es noch nicht kann, der kann üben. Also, das heißt jetzt nicht, dass du in allen Dingen unsicher sein sollst, ne, vor, ja, hätte ich das gehört vor, ich sag mal, fünf Jahren, dann hätte ich sofort gedacht, oje, ich kann gar nichts, ich muss nur noch üben, üben, üben. Ich darf nie wieder aufhören. Nein, so ist das auch nicht. Und ganz wichtig, falls du gerade den Gedanken hattest, oh shit, ja, ich müsste ganz dringend. Nein, alles mit Maß und Ziel. Einfach sich denken oder immer wieder dran denken, hey, ich muss nicht alles können, ich kann auch nicht alles, aber ich übe, 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 damit ich besser werde. Und das fand ich eine sehr schöne Erinnerung, so simpel und so verdammt gut. Gut, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, oh, da lache ich, warum? Ich befinde mich gerade mit einem Umzug, soll heißen, ich habe eine neue Wohnung, ich habe eine alte Wohnung. Ich darf beide gerade streichen und die Sachen von A nach B fahren. Ja, in zwei Wochen kommt dann der große Umzug, wirklich mit Möbel und Co. Allerdings darf ich ja schon mal viel vorbereiten. Und das habe ich die Woche gemerkt, wie anstrengend es sein kann, weil man überlegt sich, ach, jetzt sind meine Wanderschuhe hier, ach nee, die steht schon in der neuen Wohnung. So, und dann stehe ich in der neuen Wohnung und denke mir, ach ja, mein Laptop, ach nee, der ist jetzt in der alten Wohnung. Ah, aber überall steht was rum. Und das mag ich nicht. Ich bin absolut kein Fan davon, dass überall etwas rumsteht. Ich mag es sortiert und geordnet. Ich merke, dass ich so kleine Stellen habe, die immer mal wieder unordentlich werden, die ich dann aber gerne, also die beabsichtlich unordentlich werden, damit ich sie gerne aufräume. Also das klingt jetzt irgendwie total verrückt, aber ich räume einfach sehr gerne auf und ich genieße das auch. Und deswegen, ja, habe ich da manchmal so ein paar kleinere Stellen, sage ich mal. Aber im Grunde genommen bin ich eine sehr ordentliche Person. Und was auch wichtig ist, Design und Ordnung hat nichts miteinander zu tun. Soll heißen, jeder von uns kann ordentlich sein. Ich sage auch, wenn viele sagen, oh, ein Pferdestall, nee, der ist immer dreckig. Nein. Oder beziehungsweise, ja, dreckig und staubig schon, aber er kann auch ordentlich sein. Die Sättel können ordentlich aufgehängt sein. Denn die Trenzen können ordentlich gewaschen und aufgehängt sein. Soll heißen, egal wo ich bin, jeder und jede kann wirklich überall ordentlich sein. Deswegen, es geht nicht darum, hast du das neueste Sofa, den größten Fernseher oder die schönste Glasvitrine. Nein, es geht einfach darum, wo kommen deine Sachen hin? Weißt du das? Wo muss was hin? Wo gehört was hin? Oder steht bei dir oft was rum und sagt, hallo, benutze mich. Hallo, räume mich mal auf. Hallo, ich stehe so lang hier, mach mal was mit mir. Jetzt denkst du, wow, sie redet von Dingen, mit Dingen. Ist sie verrückt? Nein. Aber tatsächlich ist mir das selber aufgefallen, wie ich das jetzt die Woche merke, wo die Kisten zum Beispiel rumstanden und ich förmlich gemerkt habe, die schreien mich an. Und Gunda Burgist ist Ordnungscoach und sie sagt, Dinge, die du nicht aufräumst, schreien dich an. Hallo, mach mal was mit mir. Hallo, benutze mich doch mal wieder. Hallo, räume mich jetzt endlich mal weg. Ja, und ich spüre es. Gerade die ganzen Kisten. Man räumt die von A nach B, streicht Raum B, räumt sie wieder in Raum A und andersrum. Und ich sage immer, hallo, räume mich halt mal wohin. Aber ich denke mir, boah, ich habe ja noch gar keinen Schrank hier. Ich kann dich noch nicht wohin räumen. Und ja, deswegen umziehen ist jetzt per se nichts Schlimmes. Aber diese kontinuierliche Unordnung, die zwar nur, keine Ahnung, drei, vier Wochen geht, die ist schon eine Hausnummer. Für mich zumindest. Und genau deswegen genieße ich das, mich von Dingen zu trennen. Heute zum Beispiel habe ich mir gerade eben mein Sofa verkauft. Es passt nicht von den Maßen her in meine neue Wohnung. Und dann habe ich mir überlegt, puch, was mache ich damit? Habe es gestern Abend, wirklich vor 24 Stunden, habe ich es eingestellt, als ich ins Bett gegangen bin. Und dachte, ja, mal schauen, ob sich jemand meldet. Ich sage es mal so, es ist schon weg. Es ging ratzfatz. Und da musste ich vorhin selber schauen, dass ich es noch fleißig auseinanderschraube, bevor die Käufer kamen. Also das war wirklich ziemlich knackig. Aber sie sind glücklich, ich bin glücklich. Und vor allem, ich habe mich von etwas getrennt, das mir sagt, ja, ich passe nicht in die neue Wohnung. Also, was machst du mit mir? Wo soll ich hin? Wie läuft das? Ganz einfach verkauft. Und das gibt wirklich das Gefühl von Freiheit, das ist schon auch angenehm. Gut, ich kann morgen Abend mich nicht mehr auf meinen Sofa kuscheln und lesen. Auch irgendwie komisch. Der Raum hier ist leer und erst in zwei Monaten ziehe ich komplett um. Aber, ja, so ist es halt manchmal. Ist ja nur ein Übergang. So, kommen wir zum vierten, zur vierten Lektion. Und das war in der Episode 50 mit dem Steuer, Fabi. Und zwar sagt er, und das finde ich, sorry, ich habe ein bisschen kratzigen Hals, von dem ganzen Streichen und Lüften hier. Und zwar, was ich bei Fabi Walter richtig cool fand. Also sehr, sehr beeindruckend. Und das ist auch wieder was, wo du gleich sagst, aha, so einfach. Aber so gut. Er hat gesagt, egal ob er bei einer Beerdigung war, ob er eine Trennung hinter sich hatte, ob ein toller Tag war und er an den See wollte, er hat immer eins gemacht. Er hat die ganze Zeit, jeden Tag ein Video hochgeladen. Ein Video produziert und hochgeladen. Sei es ein Reel oder TikTok, wie auch immer, aber jeden Tag eins. Das ist keine Ausrede. Einfach machen, durchziehen, machen, machen, machen. Egal, was kommt. Jeder hat gute Tage. Jeder hat schlechte Tage. Jeder hat Schicksalsschläge. Jeder hat schlimme Zeiten. Also, die Frage ist, lasse ich mich davon bestimmen? Oder sage ich, hey, ganz ehrlich, ich habe heute keinen Bock. Und ich bin nur ein Mensch. Ich will nicht, aber ich lasse das nicht mich ausbremsen. Zum Beispiel hier, wir haben jetzt Sonntagabend halb elf. Und ich bin heute von der einen Wohnung wieder in die andere Wohnung gefahren, habe dieses Sofa zerlegt, verkauft. Und dann war es irgendwie halb neun, neun. Und ich war wirklich fertig mit der Welt und dachte, boah, ich könnte direkt ins Bett gehen. Ja, hätte ich machen können. Wirklich, ich hätte direkt ins Bett gehen können. Aber dann hättest du jetzt keine Episode, die du heute hören kannst. Tja, aber wenn ich eins gemerkt habe, und das ist wirklich auch Fabis Zitat, einfach machen, machen, machen. Denn weißt du was? Wenn ich jetzt einmal diese Episode nicht aufnehmen würde, dann wäre diese Hemmschwelle so wahnsinnig niedrig, so gering. Zu sagen, ja, ich habe ja schon mal eine ausgelassen. Ich lasse noch mal eine aus. Ach, zweimal ist keinmal. Ach, dreimal, ja komm, meistens melde ich mich doch montags. Nein, nichts da. Mein Podcast ist, ich wollte jetzt gerade sagen, mein Baby, das finde ich immer eine schwierige Beschreibung. Aber es ist wirklich etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, was mir viel zurückgibt. Und ja, das ist wie Sporttraining, ja. Manchmal hat man keinen Bock aufs Trainieren. Man denkt sich, nee, hey, ich will auf der Couch bleiben oder ich will am See liegen bleiben. Ich will jetzt nicht in die Halle und spielen. Aber wenn man es gemacht hat, fühlt man sich viel besser. Und genau so ist es mit dieser Episode auch. Hätte ich ins Bett gehen können? Oh ja. War ich brotfertig? Oh ja. Aber wenn ich es schon die ganze Woche nicht schaffe. Und das ist wirklich selten der Fall. Also eins kann ich dir versprechen. So knapp wie heute habe ich noch nie eine Podcast-Episode aufgenommen. Also die geht jetzt in zweieinhalb Stunden live. Das heißt, zwei Stunden nach dem Schnitt ist sie live. Huch, da geht mir der Puls. Ich bin normalerweise jemand, der gern viel vorbereitet, viele Tage vorher Zeit hat, viele Wochen vorher Zeit hat. Und jetzt das. Ja, und wie ich am Anfang kurz erklärt habe, hat ich die Episode ja jetzt schon fertig. Nur beim Speichern hat es das alles komplett zerschossen. Und jetzt muss ich wieder bei null anfangen. Also nochmal ein Wink mit einem Zaunfall zu sagen, ja, okay, es soll nicht sein. Ach, komm, ich gehe ins Bett. Ich lasse das nächste Woche wieder. Nee, so läuft das nicht. Konsistenz. Es geht darum, steter Tropfen hüllt den Stein. Und das stimmt zu 100%. Nur wer kontinuierlich etwas macht, egal wie groß dein Schritt ist, es geht nicht darum, einen Marathon oder einen, keine Ahnung, was mit großen Schritten hinzulegen, sondern immer wieder. Quasi, wenn wir bei diesem Marathon-Beispiel bleiben, geht es nicht darum, den in drei Stunden zu absolvieren. Du kannst ihn auch in 30 Stunden gehen. Das ist völlig egal. Die Frage ist, gehst du ihn? Oder sagst du irgendwann, ach, da ist ein Stuhl. Ich hocke mich hier mal hin. Ach, ich höre auf. Ich nehme mir was zu trinken und ich gehe weg. Ja, nee. Sorry. Welcher Marathonläufer, den du kennst, der hat das schon mal gemacht. Ich habe, ich bin ganz ehrlich, nicht die Ambition, jemals in meinem Leben einen Marathon zu laufen. Aber für alle, die das gerne machen oder für alle, die jemanden kennen, die das machen, fragt doch mal rum, wer hat denn schon mal aufgegeben? Einfach so, ach, ich habe keinen Bock mehr. Nee, keiner. Es geht immer, immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt weiter. Vielleicht war die Zeit mal nicht so gut. Okay. Vielleicht hat es mal, ja, weh getan. Okay. Aber hinterher war man doch immer stolz, dass man es absolviert hat. Und genau so ist das heute auch. Kommen wir zur fünften Lektion und die ist auch wieder so simpel und gleichzeitig so gut. Ich habe wirklich so unfassbar viele spannende Podcast-Gäste und mir machen diese Gespräche so Spaß, weil ich die Möglichkeit habe, mit Menschen über was zu sprechen, das uns alle betrifft. Wir haben alle Stress. Wir haben alle zu viel zu tun. Fast jeder und jede von uns schalten zu wenig ab, erholen sich nicht richtig. Und warum sage ich das so? Lockerflockig, weil ich mich da nicht ausnehme. Ich bin doch das Paradebeispiel. Ich habe es jahrelang komplett falsch gemacht. Und jetzt bin ich schon auf einem richtig guten Weg. Aber bin ich perfekt? Nein. Ganz ehrlich, wenn ich perfekt wäre, dann wären noch mehr Umzugskisten in der neuen Wohnung und die Episode wäre schon aufgenommen und nicht Sonntagabend um dreiviertel elf noch hier am Aufnehmen. Ja, okay, sowas passiert. Trotzdem machen, 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 machen. Und in der fünften Lektion habe ich mit Michael gesprochen. Das war die Episode 73. Und ja, wir sind schon einige Jahre befreundet. Und als seine Frau mich letztes Jahr im Sommer angerufen hat, dass er einen schlimmen Unfall hatte, habe ich das gleich sofort gemerkt. Ich weiß noch, ich gehe ans Telefon und habe gesagt, hey yo, na alles klar. Und ich habe keine Reaktion bekommen. Und dann wusste ich, irgendwas ist komplett falsch. Irgendwas passt gar nicht. Und Michael hat einen langen Weg noch vor sich, aber er hat schon so einen krassen Weg hinter sich. Und er macht das so gut. Also die Episode, ich kann alle Episoden empfehlen, wirklich. Aber wenn du Episode 73 noch nicht gehört hast und dir manchmal selber denkst, boah, ich habe keinen Lebensmut mehr oder ich habe keinen Bock mehr oder es ist so anstrengend, dann hör dir Episode 73 an mit Michael. Und ich kann jetzt nur eine Sache dir mitgeben, die ich in der Episode so wahnsinnig toll fand und die auch ihn auszeichnen. Und das ist sein Humor. Es ist so schön, dass er immer noch seinen Humor behalten hat und alles mit Humor nimmt. Weil er sagt, klar, wie will ich das sonst überstehen? Wenn ich keinen Humor habe und in dem Fall wirklich keinen Humor, wie soll ich das schaffen? Und außerdem macht mein Humor mich aus und der bleibt bei mir. Und das war so schön zu sehen, zu hören und vor allem, dass es weiterhin jeden Tag seine Begleitung ist. Sein Humor ist immer am Start und das ist echt toll. Außerdem, und das ist noch ein zweites Learning oder ein zweites Gedanken, den er mir mitgegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben oder davor, danach mal. Aber auf jeden Fall ging es um das Thema Warum. Stellt er sich die Frage Warum? Oder sagt er, ja, egal, hat mich halt erwischt. Aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns hier. Wer würde denn nicht auf die Idee kommen, mal zu fragen, warum? Und er sagt, hey, ganz ehrlich, auf diese Frage wirst du niemals eine Antwort bekommen. Niemals wird jemand dir sagen können, warum du? Niemals. Deswegen stell dir doch lieber die Frage, warum nicht? Warum nicht ich? Ich schaffe das. Warum nicht ich? Ich packe das. Und ich hatte das schon mal, so ein Gespräch vor sieben, acht Jahren. Und damals habe ich es noch nicht so ganz verstanden, weil ich dachte, hä, warum soll ich denn? Nee, ich will doch wissen, warum? Warum ich? Was habe ich falsch gemacht? Warum genau ich? Warum war ich so falsch und sei am falschen Ort? Und jetzt acht Jahre später verstehe ich den Satz, zu sagen, nee, frag nicht nach dem Warum. Frag einfach, warum nicht? Ja, und das waren doch so simple und doch so gute Erinnerungen. Also das erste von Sokje aus der Episode 47. Hab eine Checkliste und arbeite die wirklich ganz stupide ab. Sobald ein Fehler aufkommt, siehst du das und sei da wirklich ganz strikt nach der Checkliste, so machst du nie einen Fehler. Sven in der 52. Episode. Üben, üben, üben. Er wäre kein super Moderator, wenn er nicht akzeptiert hätte am Anfang, dass er es nicht kann und dass er noch üben muss. Also akzeptiere du, wenn du es noch nicht kannst und übe es. Dann die Gunda Borghest in Episode 39. Sagt ganz klar, Dinge schreien dich an. Eine Ordnung im Außen gibt Ruhe im Innern. Der Fabi in der 50. Episode sagt durchziehen. Egal was kommt, machen, machen, machen. Und genau so ist es. Und Michel in der Episode 73 sagt, nimm den Humor mit. Weil mit Humor geht einfach alles leichter im Leben, egal was kommt. Apropos egal was kommt. Ich habe schon angeteasert, dass ich jetzt in der kommenden Woche nochmal sehr, sehr, ja, coole Podcast-Gäste habe, wo ich sehr stolz bin, dass sie kommen. Weil ich es nicht zwingend erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Also es geht ja einmal darum, euch wirklich was Spannendes zu bieten und Gäste zu bieten, die ihr woanders nicht bekommt. Und Einblicke zu, ja, bekommen, die ihr woanders nicht sehen könnt. Und gleichzeitig auch möchte ich natürlich etwas finden, was auch ich spannend finde, damit es eine Win-Win für uns beide ist. Dass ihr was davon habt, dass ich was davon habe und natürlich, dass der Interviewgast auch noch was davon hat. Und ich sind sogar schon drei Termine für nächste Woche terminiert. Also es wird auf jeden Fall ein kleiner Interview-Marathon werden. Aber unter anderem kann ich dir mitteilen, dass ich sehr, sehr stolz darauf bin, dass jemand zu uns kommt, der schon mal im Weltall war. Und der uns erklären kann, okay, wie ist das, wenn ich hier im Weltall bin und mir gehen die Astronauten richtig auf den Keks. Ja, was mache ich denn dann? Ich kann ja nicht einfach gehen. Ich kann ja nicht vor die Tür gehen und sagen, ich laufe eine Runde um den Block. Ja, ich laufe eine Runde um die Erde. Dauert da ein bisschen zu lang. Was macht man dann? Und wie ist es, wenn man zugeteilt und zugelost wird und sich vielleicht denkt, boah, hey, also was mit der Person? Bin ich jetzt die nächsten Wochen und Monate da oben in der Kapsel? Ach, brauche ich eigentlich nicht so wirklich. Ja, wenn dich das auch interessiert und du gern wüsstest, wie machen das Astronauten eigentlich mit ihrer mentalen Gesundheit? Und wie schaffen sie das, ja, mit dem Stress da oben umzugehen? Oder wenn du lieber wissen möchtest, wie ein Weltmeister mit dem Druck beim Sport umgeht, der sagt, hey, ja, der Titel ist ja wunderbar, aber die Spiele davor und der Druck ist schon immens. Das ist so ein kleines Sneak Peek auf die nächsten Interviews, die in den nächsten Wochen kommen. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wünsche dir jetzt erstmal einen tollen Start in den Montag und in die Woche. Und wir hören uns das nächste Mal sehr wahrscheinlich mit einem der spannendsten Gäste. Und ich finde alle meine Gäste spannend. Sonst hätte ich sie nicht im Podcast, aber wirklich außergewöhnlichsten Gäste. Und ja, wenn du übrigens Wünsche hast oder jemand ganz Besonderes im Podcast haben willst, dann lass es mich gerne wissen. Ich probiere es gerne aus. Ich gebe mein Bestes, die andere Person dann einzuladen und dir eben tolle Interviews zu bieten, wo du was lernen kannst zum Thema Stress, Stressmanagement und Burnout-Prävention. So, und jetzt um kurz vor 23 Uhr schneide ich dir die Episode noch, leg mich ins Bett. Und wenn du sie hörst, wie gesagt, hab einen wunderbaren guten Morgen und eine geniale Woche. Das war's für heute. Vom Stress-Brennur zum Chill-Brennur. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit Tipps, wie du Stress besser verstehst. Und vor allem, wie du deine Ziele erreichst, ohne dich kaputt zu schuften. Weitere Infos findest du auch auf www.der-chill-brennur.de oder auf Facebook und Instagram at der.chill-brennur www.der-chill-brennur.de Untertitelung des ZDF, 2020